Sonn, der beste Leverkusener Sonn, Heulin Sonn. Aber da ist so viel Dampf dahinter. Aber das war ein Schuss. Jürgen Min Sonn. Der Abschluss, Sonn, Heulin Sonn. Sam für Sonn, Sam für Sonn und es war ein klassischer Konter. Und zwar so genau, dass Sonn relativ wenig Probleme hat. Zu seinem ersten Bundesliga-Tor für Bayern und für Leverkusen zu kommen. Sonn ist schneller als Westermann. Sonn gegen Adler. Sonn, 2-0 Leverkusen. Sonn, Sonn, 3-0 das war's. Sonn, 3-0. Sonn, 3-0. Sonn, 2-0. Für 2-1. Und es ist vielleicht, vielleicht sein wichtigstes Tor. Und Sonn ist da. Wie bei seinen ersten beiden Toren bleibt er unbeeindruckt. Ui, der Ball ist drin! Sonn! Sonn mit links, Tor! Starkes Spiel, Sonn! Sonn! Und was für ein super Tor! Das war ein Fehler-Tor! Was für ein Tor von Sonn! Der Spieler mit den 25-1. Tor! 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 Tor!